Du kleiner... Bunny sei kein Arschloch, hopp. Bunny ist ein Arschloch, mann, wo, wo, warum? Mädchen... Oh nein, was ist das für ein kleiner Ficker, der da hochkrabbelt? Ah! Nein, Mann, ich bin so bescheuert, Mann! Hey, Kinders! Willkommen zurück zu Sister Location Five Nights Freddy Dance Party Teil 3. Ich habe mir vorgenommen, diese dritte Nacht ganz easy mit euch zusammen zu erledigen. Den Text kennen wir ja schon, bla bla bla. Ich weiß, ich will was drücken. Ja, Ballora bist auf deiner verschissenen Stage. Ja, ist sie. Oh! Mensch, hey, oder? So, mein Sohn, weißt du was? Er will, dass wir da reingehen. Und wir sollen nicht zum Baby gehen, aber wir gehen mal zum Baby. So. Wir dürfen eigentlich nicht unautorierreich hier rumrennen, aber... Ich will jetzt mal wissen, was hier passiert. So, Baby. Krass, da ist ja alles aus. Ah, aber das Ding da unten ist offen. Unser... Ihr wisst schon. Under the desk. Okay, aber Moment mal... Was? Oh. 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 Oh mein Gott, die hat ein Kind gefangen? Ich nehme an, sie hat es gefangen genommen. Ich erschreiche mal ganz kurz, wenn die labert, weil ich denke, es kommt vielleicht, wisst ihr, so von vorne was. Und was sagst du jetzt? Scheinbar nichts mehr, ne? Snatch! Wisst ihr, wie scheiße diese Stelle ist? Ich kann ja im Dunkeln laufen eigentlich, ne? Das heißt, theoretisch kann ich einmal flashen. Und da läuft die verschlechter Tür zu rennen. Aber, also wisst ihr, sobald ich mich ausgerichtet habe, kann ich auf die Tür zulaufen, bis ich da bin. Er kann mich nie kriegen, weil er mich nicht sieht. Aber dann doch. Da ist er, da ist er, da ist er. Geh weg, geh weg, du Fischgesicht. Oh Gott, deine haarige Mutter hat früher mal irgendwelche Kinder angefasst. Okay. Ich bin direkt davor eigentlich. Er kann mich eigentlich gar nicht fassen, außer er läuft vor mich und ich laufe in ihn rein. Gut. Renn, 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 renn. Er kriegt mich nicht. Er kriegt mich nicht. Leute, ich habe heute auf einmal so Schiss. Oh Gott, geh weg. Halt. Hab ich es geschafft? Motion Trigger, Parts in Service. Great job reaching Parts in Service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the faceplates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Das hier? Now locate the button under his left cheek, and press it. Okay. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Das hier? Oh Gott. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Okay. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Okay. Press the large black button beneath Bonnie's bowtie to release the power module. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht mehr da. Ah, Bunny, nein. Wo muss ich dich drücken, Bunny? Geh weg. Bunny sei kein Arschloch. Hopp. Bunny. Bunny ist ein Arschloch, Mann. Wo, warum? Da springt es mich an und macht es in meinem Gesicht irgendwas. Scheiße, guck nicht so, Mann. Bunny, wo muss ich dich jetzt anfassen? Ich habe es vergessen. Das ist ein Bowtie. Gleich springt er mich an, der Bunny. Warte mal. Ah, Bunny. Ich bin gut zu Tieren. Ich bin auch gut zu Vögeln. Okay. Aber zu so einem Bunny. Ich kann nur auf seine fette, schwarze Nase drücken. Aber wo ist da was anderes Schwarzes? Wo ist irgendwo... Wo ist das? Wo hast du dich versteckt? Bunny. Ich glaube, ich muss hier hinklicken. Hier ungefähr. Scheinbar kann mich hier nichts ficken. Finde ich... Finde ich ja schon mal recht bequem. Warst mich nicht, Bunny, Mann. Ich habe eben... Wehe, ich muss jetzt von Anfang an anfangen. Dann raste ich wirklich komplett aus. Dann mache ich in die Hose aber hart. Fickt euch doch hart. Ja, ich renne schon. Das ist egal. Du kleiner... Nach links ein bisschen. Renn. Kurz. Warum musst du mich an Powered anfassen? Ich habe mir eben den Hasen angeguckt, als er noch hier dran war. Ja. Ich nehme mal an, das ist der Knopf unter seiner Krawatte. Unter seinem Bowtie. Also, es ist ein ziemlich fetter, schwarzer Knopf, den wir drücken müssen. Da ist er. Da ist er. Da oben. Seht ihr? Da knabbar da rum. Ja, wo ist er noch hoch? Ja. Ja, hoch. Hoch, du Drecksack. Ich bin so bescheuert, Mann. Kein Wunder, dass ich in Kontersweg so schlecht bin. Der aimt wie so eine Kartoffel. Scheiße, Mann, Alter. Okay, da ist er. Da ist er. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich lasse ihn noch weiter hochgehen. Hoch, hoch, hoch mit dir. Hoch mit dir. Komm schon. Komm schon. Komm. Okay, da ist er. Ha! Ha! Great job. You've acquired both Power Modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium. And we'll see you back here again tomorrow. Das ging jetzt aber fix. Achso, ich muss jetzt da noch durch. Nein. Die Tür ist doch sackweit weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ha! Wir kommen jetzt mal alle runter, okay? Er ist gar nicht da. Ich sehe ihn nicht. Gott. Das ist jetzt bestimmt gleich der schreckende... Oh! Daddy, sie kann Ballons machen. Wait. Hast du gesehen, dass ich Ballons machen kann? Oh, Daddy, lass mich zu ihr gehen. Das war geplant, dass ich jetzt verreck... Oh Gott. Okay. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt noch ein paar Zeit. Ich denke, sie haben... Ich habe gemerkt, dass du das Gebäude nicht verlassen hast. Die Kameras suchen für dich, aber sie konnten dich nicht finden. Ich habe dich zu sehr gut geblieben. Ich habe dich geblieben. Nacht 4! Alles klar? Leute, ich habe das Nacht 4 geschafft. Auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben an der Stelle. Und auch für euch selbst, weil ihr euch nicht eingekackt habt. Und falls ihr euch eingekackt habt, trotzdem einen Daumen nach oben geben. Macht nichts. Kacke ist auch was schön. Ich werde dich nicht schmerzen. Ich werde dich nur noch ein bisschen halten lassen. Ich werde dich nur noch ein bisschen halten lassen. Versuch nicht, doch. Du bist in etwas, das aus meiner alten Pizzeria kam. Oh. Ich glaube, es wurde niemals benutzt. Oder zumindest nicht wie es war, wie es zu sein wurde. Uh-oh. An Orphan? Es ist einfach großartig, um eine Person zu befinden. Aber nur noch gar nicht. Du bist in der Scooping Room. Du wißt du warum sie es nennen? Der Scooping Room? Oh. Es ist einfach großartig, weil du dummierst. Das ist die Wohnung, wo sie die Scooper benutzen. Ich dachte, das wäre das Obvious. Oh. Es ist nicht ein lustiger Name für etwas? Der Scooper. Oh. 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 Der Sprecher, oder? Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Was machst du, oder wo? Mädchen! Das wäre echt irre, wenn du hier nicht so ausrasten würdest. Kann ich irgendwas machen überhaupt? Ne, ne? Was sind das für komische Weiße? Oh. Oh. Ach, das ist Ballora. Sie denken, dass da etwas falsch ist, auf der Mitte. Die nur was wichtig ist, dass es wissen, wie zu präten. Shit. Oh, fuck. Was? Oh, Gott. Wir hatten jetzt gerade... Ich öffne die Gesichterpläte für dich. Damit können sie dich auf den Kameras finden. Jetzt muss alles, was du tun musst, ist warten. Ich empfehle, dass du die Sprecherlöcke aufgelistet hast. Dein Sprecherlöcke und dein Herzblatt, die sie entfernen. Äh. Du willst nicht, sie zu entfernen werden. Trust me. Okay. Scheiße. In welche Richtung... Warte. Die drehen sich doch gar nicht. Drehen die sich alle? Oh. Drehst du richtig gerade hier? Ich kann sie eh in keine Richtung drehen. Oh nein! Was ist das für ein kleiner Ficker, der da hochkrabbelt? Bis zum nächsten Mal! Gott, Gott. triple rouge! proverb. Auf jeden Fall, dass du...